Was kostet das? Früher, das war nur ein Thema. Was kostet das? Wie günstlich können Sie das machen? Das bleibt. Aber dazu kommt die Frage, hey, das ist sehr schwierig, das ist sehr komplex. Können Sie mir helfen? Können Sie das machen? Ja, die Gelegenheiten für Maschinenbau in der Tschechischen Republik, die sind heute begrenzt, weil Maßenfertigung, einfache Produkte, Weißtechnik, das ist alles im Ost. Das heißt, Richtung Korea, China. Und man kann nicht mit dieser Fertigung bei uns weiterrechnen. Das ist alles weg. Das heißt, wenn Sie wollen, Leben als Firma oder seine Aktivität weiterentwickeln, das ist möglich nur in Hightech-Produktion. Das heißt, Sie brauchen Partner, beispielsweise Luftfahrer, Rauchfahrer, Medizintechnik, Halbleiterindustrie, Halbleiterindustrie, Vakuumtechnik, wo man braucht die komplizierten Teile, wo man braucht wirklich erfahrene Leute, Kenntnisse, Know-how. Heute ist das so, dass wir dieselbe Maschine verwenden, aus Schweiz oder Japan, die die Deutsche haben. Oder in Frankreich, egal, in England. Wir brauchen dieselbe Werkzeuge. Die sind genauso teuer wie in Deutschland oder England. Also, wir haben nur die Möglichkeit, das gut zu machen oder besser zu machen. Die Qualität dieselbe haben oder besser zu haben. Das ist sehr wichtig für das Management. Die müssen das gut verstehen. Das ist sehr wichtig für die Mitarbeiter. Die müssen stark motiviert werden, dass die so arbeiten können. Dann hat man die Chance, in bestimmten Marktsegmenten arbeiten. Luftfahrt, Raumfahrt. Das ist eine Möglichkeit. Das sind auch andere. Wo Einzelfertigung ist. Keine Massefertigung. Prototypenbau. Wo wir können nicht nur günstliche Produkte anbieten, aber wo wir können Produkte mit und dieser Komplex sind die sind schwer machbar auch in Deutschland oder oder Schweiz, egal wo. Das heißt, wir müssen anbieten, was Markt braucht. Nicht was wir möchten, liefern, aber wir müssen gucken, was Markt braucht. Das ist sehr wichtig. das verstehen. Und bei uns bestellen Kunden manchmal Produktion oder Teile oder Baugruppen, die wir besser können machen als die andere. und diese Situation bringt für die Firmen sehr viel. Die stehen mehr fest im Market. Die sind, wir müssen sehr flexibel sein und wir haben mehr Gelegenheiten. Also unsere Kunden erwarten nicht nur, dass wir etwas künstlich sind, dass wir billig Produkte anbieten können, aber die erwarten, dass unsere Produkte, dass wir sehr komplizierte Produkte anbieten können. Und das ist jetzt etwas anderes als früher. Früher, das war nur ein Thema, was kostet das? Wie günstlich können sie das machen? Das bleibt. Aber dazu kommt die Frage, hey, das ist sehr schwierig, das ist sehr komplex. Können sie mir helfen? Können sie das machen? Oder wenn die Produkte mit Problemen in Deutschland fertig sind? Sehen sie, wir haben Probleme mit diesem Lieferant. Können sie das machen besser? Das ist etwas anderes als früher. Und das ist unsere Gelegenheit heute. das ist eine Anzeige Menschen, dass sie noch eine Naseinteilung übernommen sind. Vielen Dank.